So, willkommen zurück zu Rocket Leech Ich habe jetzt hier 3 von so einen Kisten Ne, ist eh eine Kiste, wa? Ja, 2 Kisten Das irritiert mich immer ein bisschen, weil da steht Champions Kiste 2 Also habe ich 2 Kisten dann zusammen Das würde mich schon interessieren, ey Also das würde mich schon interessieren Ah, die Fenke mich auch interessieren Exotische Räder Und halt diese Lackierung hier, die haut mich voll runter, ey Geil Na ja, schauen wir mal Ja, da würde ich sagen Wollen wir mal 55.000 Spieler online Oh geil, ey, gestern waren jetzt USB 151.000 Ah, läuft, ey Gucken, ob ihr hier was findet Sehr schön Sehr schön Na, hat noch nicht angefangen, sehr schön Ja, dann wollen wir mal Geil Ah, schade Ah, jetzt muss ich noch übungen Oh, das Ding geht drin Scheiße Ja, ja, sehr schön Oh, das Ding geht Oh, was was ist denn hier verkehrt da geht nicht schade sehr schön wunderbar du kleine zecke oh verdammt wo ist er wo ist er da scheiße oh man klopper in das ding so ein scheiß weg oh man ist ja nicht mal normal machen wir jetzt so kann doch nicht wahr sein muss doch hier die möglichkeit geben wunderbar gefällt mir mal gucken vielleicht kriegen wir noch die kurve hier oh der war hammer knapp oh wo war wot wo ist er denn da meine wasser na na kommt daran jawohl Highlight der war cool dieser scheiß Brokkoli älter mal ein bisschen dampf hier der war 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 kann ohne spazieren fahren war der war der war war der war der war 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 der war der war war der war der war 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 geht ding erst zum kotzen das gibt es nicht ja sag mal bis langsam fertig oh mann oh mann wo noch zeit Oh, der geht doch nicht echt da drin Ich wollte schon sagen Oh, das war nichts Oh, Mann Naja, das ist kein... Das ist total billig, ey Das ist keine Kunst Na ja, das war Scheiße, ey Ah, komm, 1 machen wir noch 1 gewonnen, 1 verloren Jetzt kommt es aufs Ganze an Oh, oh, mach schon, mach schon, mach schon Oh, blow, okay Oh, Mann Fuck, ey Run, run, run Sehr schön Wunderbar Aber knapp Oh, was Das war richtig knapp Oh Schade Oh, bald Dieser Scheiß-Buguli geht mir voll auf ein Nässe, ey So ein cooler Ball, ey Ach, das ist so Dreck, ey Das ist Kinokunst So ein billig scheiß, ey Oh, ein billig scheiß, ey Oh, das ist so, okay fool Das ist so, was Okay, wenn du das Sehe, wenn du das Schade Der Scheiß-Buguli geht zum Er Minuten Oh, ich schade Ich schade Das ist keine Kunst Das ist keine Kunst Abartig ist die Funktion Abartig ist die Funktion oh man jetzt wird da ein rückstand ne da geh ich raus, also das hat keinen sinn machen wir so nach inneren ich will vernünftige server haben jetzt so schwer mein gott die schlafen wir hier nochmal unser glück Aber klar, dass ich mich schon ankomme Alles klar Das Auto fliegt in der Lüfte, ob mein Auto nichts wiegt, äh, das ist ja nicht mehr normal So, das mache ich für mein Tor, auf meinen Namen Sehr schön Ja, ja, ey Immer diese gleiche Funktion Ja, nicht mal eine Minute verlieren, schon vier Tore Ey, das ist doch nicht mehr normal Hm, dazu sei es nicht mehr Ja, 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 ja Oh, ey Drehst du langsam durch mit dem Scheiß Boah, warum treffe ich den nicht, ey Wunderbar Oh, Mann Oh, los jetzt hier Ich glaube, ich wäre ausgerastet, äter, wenn du die Gründe gegangen wär Ja, ja, ja Blöde Pfotze Ich schnauze voll hier mit dem Scheißdreck, Alter Ich schnauze Ich schnauze Wunderbar Was ist das denn hier? Ich schnauze Ich schnauze Ich schnauze Ich schnauze Ich schnauze Ich schnauze Ah, da, klick ja auch da. Oh, ihr seid so ne missgestalten, ey. Die wollen nicht aber wissen, ey, hier. Oh, ihr seid so nehmt, ey. Ey, fick doch meine Mutter, ey. Oh, Mann. Er ist doch echt so ein Kotzen. Er geht doch, ey. Mann. Jetzt noch ein, Alter. Ich bin sofrieden, ey. Oh, Mann, ey. Du scheiterisch am Dampfen. Oh, Mann, ey. Ist nicht mehr normal, hier. Ist nicht dein Ernst, oder? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, danke. Oh, komm, schieß darin einfach. Yes, Alter. Und Verbindung abgebrochen. Oh, nein, ey. Was ist denn mit dieser scheiß Verbindung, ey? Und bei wem hängt das jetzt noch? Hä? Super. Ah, geil. Verbindung unterbrochen. Herrlich.